Wie geht es um Geoportale? 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 Das Ganze ist eine Präsentation der Architektur von geoportal.ch. Das ist eine der Hauptanwendungen der Geoinfo. Als Beispiel für ein modernes Geodatenportal. Zum Schluss gibt es noch als Goodie eine Problemstellung, die wir hatten bezüglich der Performance und wie wir die durch so ein paar Tricks gelöst haben, um das Geoportal sehr performant zu halten. Die Geoinfo IT AG ist im Grunde in zwei Bereiche aufgeteilt. Wir haben einmal die Geo-Solutions und die IT-Solutions. Die Geo-Solutions ist für die Entwicklung der WebGIS-Anwendungen zuständig, währenddessen die IT-Solutions die Infrastruktur am Laufen hält. Wir haben also unsere eigenen Serverfarmen, also unser eigenes Datencenter, wie man hier auf der Darstellung sieht, was eben entsprechende Vorteile hat. Dadurch können wir ja noch besser an den Performance-Stellschrauben drehen, um eben das Geoportal sehr schnell zu machen. Das kommt bei den Kunden auch gut an. Wir haben mittlerweile einen Jahresumsatz von 12 Millionen Franken und bestehen aus rund 75 Mitarbeitern. Als Kunden haben wir 92 Gemeinden in sechs Schweizer Kantonen und eben entsprechend auch die Kantone als Kunden. Ja, komme ich jetzt nochmal zum zentralen Produkt, also zur Geoportal CH. Das ist ein WebGIS, was die Kommunen als Werkzeug nutzen zur Umsetzung des Geoinformationsgesetzes. Das heißt also, unser Hauptauftrag oder unsere Aufgabe ist es, Informationen für Verwaltungen, Bürger und Kommunen bereitzustellen. Das Ganze ist nicht nur ein Prototyp oder irgendwie eine Spielanwendung, sondern wir haben tatsächlich täglich 3000 unique Besucher, jeden einzelnen Tag, die ungefähr zweieinhalb Millionen Requests auf unsere Infrastruktur täglich auslösen. Wer sich mit dem Thema dann so ein bisschen auskennt, weiß, dass es ein großer Unterschied ist zwischen einer WebGIS-Anwendung, die man irgendwie lokal zusammengebastelt hat, hin zu einer WebGIS-Anwendung, die auch so einer Last standhält. Und das Geoportal hat sich eben unter so einer Last gut bewiesen. Ja, komme ich nun zur zentralen Thematik, Geodatenportale früher und heute. Mal so ein Beispiel, wie das früher eben so aussah. Man hatte so ein Geoportal, wo das User-Interface noch recht chaotisch war, wo man eben keine klaren Linien hatte. Und wo vor allem bei der Interaktion immer ein komplettes Neuladen der Applikation ausgeführt wurde. Wenn man also irgendwie zum Beispiel den Kartenaufschnitt ein bisschen verschieben will, dann führte das dazu, dass die komplette Website, also das gesamte HTML, nachgeladen wird. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr denkbar. Der Kunde erwartet eine interaktive Single-Page-Applikation, wo eben nur beim Start einmal das HTML, die gesamte Seite geladen wird und dann im Anschluss eben nur noch bei Interaktion Teile der Website geladen werden. Außerdem spielt der eigentliche Content die Karte eine wichtige Rolle. Das heißt also, es ist heutzutage wichtig, dass die Karte in den Vordergrund rückt und dass das User-Interface eben sehr klar und minimalistisch daherkommt, um eben schnell sich zurechtzufinden. Ja, auch in der Architektur hat sich eben eine Menge seit dieser Zeit gewandelt. Also wenn man jetzt ein paar Jahre zurückschaut, dann war meistens der Standard so wie jetzt hier in dieser Darstellung abgebildet. Das heißt also, man hatte serverseitig in der Middleware ja meistens eine Containerumgebung gelaufen, auf der dann Surflets liefen, die eine komplette HTML-Seite ausgeliefert haben. Und bei jedem Request, also bei jedem HTTP-Request wurde entsprechend die gesamte HTML-Seite ausgeliefert, was eben zu diesem Stocken in der Web-Applikation führte. Also wodurch eben immer jedes Mal bei jeder Interaktion ein Neuladen ausgelöst wurde. Da hat sich in der Zwischenzeit ja viel geändert, also eine der wichtigsten Entwicklungen war sicherlich asynchrones JavaScript und XML. Aber das ist eben nicht die einzige Änderung und auf diese möchte ich im Folgenden eingehen und zwar vom Client über Middleware eben bis zur Datenbank. Starten wir also beim Client und da hat sich zum Glück auf den ersten Blick nicht so viel geändert. Wir haben also zunächst mal nach wie vor HTML für die Definition des Modells, also für den Inhalt. Wir haben CSS für die Modellierung der View und JavaScript für den Controller. Also diverse Versuche hier, proprietäre Technologien einzuführen, wie zum Beispiel Flash oder Silverlight, sind zum Glück gescheitert. Wir haben also nach wie vor diese zugängliche Architektur. Wo sich aber viel getan hat, sind sicherlich die Bibliotheken für GIS-Funktionalität, also wie zum Beispiel Open Layers zur Visualisierung von GIS-Daten oder TERF für kleinseitige geometrische Operationen, die auch wir eben im Geoportal nutzen. Das heißt, wir setzen konkret kleinseitig Open Layers und TERF für kleinseitige GIS-Funktionalität ein. Jetzt hat sich aber nicht nur auf der GIS-Seite kleinseitig eine Menge getan, sondern auch beim User-Interface. Auch da wird vom Kunden heutzutage erwartet, dass eine Web-GIS-Anwendung responsiv und reaktiv ist. Das heißt also, einerseits soll eine App sich den unterschiedlichen Bildschirmgrößen immer variabel anpassen können. Und es gibt ja mittlerweile eine Unmenge von unterschiedlichen Bildschirmformaten, also vom Desktop über Tablet bis hin zum Smartphone. Und allein im Smartphone gibt es eben diverse Bildschirmgrößen und Kombinationen von Bildschirmauflösungen. Es ist also eine sehr komplexe Arbeit hier, das so hinzubekommen, dass trotzdem die Buttons sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone immer bedienbar sind. Da gibt es zum Glück aber auch eine Bibliothek, die einem hier viel Arbeit abnimmt. Also wir verwenden hier Bootstrap, wo eben genau diese Komplexität verkodet ist und man das entsprechend nutzen kann. Trotzdem muss man natürlich als Entwickler einer Web-GIS-Applikation darauf achten, wie man jetzt die ganzen Buttons, die man zum Beispiel im Desktop-GIS unterbringt auf einem Bildschirm, wie man die auf dem Smartphone dann trotzdem unterbringen kann bei einer kleineren Bildschirmgröße. Das heißt also, auch Bootstrap nimmt einem natürlich nicht die gesamte Arbeit ab. Hier muss schon dann der Entwickler schauen, wie er das für seine Applikation umsetzt. Ja und reaktiv soll eben eine Web-GIS-Anwendung heutzutage sein. Das heißt, das Verhalten, was man früher von Desktop-GIS eigentlich kannte, wo man immer wieder irgendwelche OK-Buttons oder Updates-Buttons drücken musste, damit das User-Interface auf dem aktuellen Stand bleibt, ist heutzutage auch nicht mehr der Stand der Technik, sondern der User erwartet eigentlich, dass das User-Interface und der Datenbestand in der Datenbank das Thema synchron laufen. Dass also, wenn man zum Beispiel einen Puffer berechnet um ein Objekt herum und einen Verschnitt macht, dass das interaktiv passieren kann. Dass sobald der Benutzer eben einen Wert in ein Formular eingibt, dass sofort in diesem Moment die Daten, die daraus entstehen über den Verschnitt, dass die in der Datenbank gespeichert werden und dass das Ergebnis eben sofort in der Karte dargestellt wird. Und auch da gibt es eben mittlerweile Frameworks, die einem dabei helfen, dieses umzusetzen. Wir verwenden hier AngularJS, um dieses Data-Binding eben zu realisieren, sodass eben Datenbank und alle UI-Elemente hier immer synchron laufen. Die größte Änderung oder eine sehr wichtige oder vielleicht sogar revolutionäre Änderung hat sich meiner Ansicht nach in der Mittelwehr getan. Immer mehr Firmen steigen von den klassischen Laufzeitumgebungen, wie zum Beispiel Java-Runtime oder .NET-Runtime, steigen um zu Node.js, also zu einer JavaScript-basierten Laufzeitumgebung. Und ja, hier ist natürlich die Frage, warum sollte man so etwas machen? Also warum sollte man JavaScript serverseitig ausführen? Das klingt zunächst mal danach, dass es halt sehr, sehr langsam sein sollte. Denn ja, selbst bei der Java-Runtime oder .NET ist es ja so, dass erst zur Laufzeit der Byte-Code in Maschinencode umgewandelt wird. Also da hat man schon die Vorstellung, dass das irgendwie langsam ablaufen soll. Aber mit JavaScript, wo dann ja zur Laufzeit überhaupt erst der Code kompiliert wird, müsste ja noch schlechter in der Laufzeit sein. Trotzdem sind viele Firmen umgestiegen auf diese Umgebung, wie zum Beispiel PayPal, Netflix, LinkedIn oder Uber. und das sind ja jetzt nicht so Firmen, wo man denkt, die könnten es sich leisten, eine nicht performante Laufzeitumgebung zu verwenden. Und tatsächlich ist es so, da gibt es sehr gute Zahlen auch von PayPal zu, die haben das gemessen. Also die haben gemessen den Unterschied zwischen der Anwendung, wie sie früher in der Java-Runtime lief und wie sie eben heute unter Node.js läuft und haben festgestellt, dass die Auslieferungszeit für Webseiten doppelt so schnell ist. Das hat auch seine technischen Gründe, warum das so ist, auf die ich jetzt leider nicht genau eingehen kann, aufgrund der knappen Zeit. Vielleicht kann man nachher auch in der Diskussion dazu kommen. Ja und zum Schluss, der letzte Schritt in dieser Architektur ist eben das Backend oder die Datenbank. Und ich habe hier mal eine Übersicht zusammengestellt, nochmal vom Client über die Middleware bis hin zum Backend, zu den Datenbanken. Wir nutzen hier Postgres und Postgis und setzen auch WMS und WMTS-Server ein. Allerdings gibt es keinen direkten Zugriff auf diese Komponenten von außen. Das heißt, wir haben eine dicke Firewall nach außen, hier vorne, die eigentlich nur den Zugriff über HTTPS in unser System zulässt. Und das läuft alles über unsere Middleware, also unsere Geoportal-CH-Middleware, die auf Node.js läuft. Und hier haben wir ein weiteres Modul. Das ist das Admin-Tool, das wir entwickelt haben, das entsprechend bei jedem einzelnen Request prüft, ob der Zugriff, ob der Versuch, diese Daten zuzugreifen, auch erlaubt ist. Das heißt, hier läuft die rechte Verwaltung. Und das gilt für alle Datentöpfe. Sowohl für geometrische Datenanfragen, das heißt, wenn jemand versucht, Geodaten sich entsprechend, ja, die Geometrien oder die attributiven Daten aus der Postgres-Datenbank zu holen, dann läuft das entsprechend so ab, dass zunächst, dass nur diese Middleware entsprechend die Daten holt aus der Postgres-Datenbank, dann umwandelt in GeoJSON und als GeoJSON nach außen zur Verfügung stellt. Und zwar auch hier eben nur, wenn das Admin-Tool das OK gegeben hat, wenn also der User Rechte hat. Aber das gilt eben nicht nur für attributive und geometrische Daten, sondern eben auch für Rasterdaten über WMS oder WMTS. Auch hier ist eben zunächst der Request auf die Middleware, die dann eben prüft, ob der Zugriff erlaubt ist auf diese Bildkacheln oder auf die Rasterdaten. Und entsprechend, ja, wenn es das OK gibt, dann erst werden die Daten auch hier wiederum über den HTTPS-Board an den Client ausgeliefert. Ja, das wäre es soweit zum groben Überblick über unsere Architektur vom Client über die Middleware bis zum Backend. Das ist das, was wir vereinfacht gesagt einsetzen für Geoportal CH. Ja, jetzt hatten wir aber zunächst mal hatten wir auch das Problem, dass wir haben ja sehr umfangreiche Datenbestände mittlerweile im Geoportal. Und das kann eben dazu führen, dass wenn der Benutzer zum Beispiel ganz viele verschiedene Datenlehrer gleichzeitig darstellen will, dass er dort auch Performance-Probleme bekommt. Deshalb haben wir ein strukturiertes Caching eingeführt. Wir haben hier auch im Admin-Tool das folgende Konzept eingeführt. Im Grunde unterscheiden wir zunächst mal den Karten. Wir haben also ganz viele verschiedene Karten. Und jede Karte besteht aus einer Situation und einer Fläche. Und die wiederum bestehen aus den klassischen Geolayern, also aus den Feature-Layern, die man sie eben klassisch in der PostGIS-Datenbank verwaltet. Und bei der Situation ist es so, dass da nur Punkt- und Liniendaten vorkommen. Und bei den Flächen dürfen eben nur Polygondaten vorkommen. Und diese Daten werden jetzt nun jeweils, also die Situation einer Karte wird zu einem bestimmten WMTS-Layer zusammengefasst und eben gerendert. Und die Flächen werden auch zu einem WMTS-Layer zusammengefasst und gerendert. Das heißt also, wir haben hier dadurch eine Datenreduzierung. Wir haben eben bei gleichbleibender Datenmenge haben wir weniger Anzahl an Lärern über den Geo-Webcache. Der Benutzer kann jetzt also dieselben Daten mit einer geringeren Anzahl von Lärern darstellen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, beliebige Karten zu verknüpfen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel die Situation aus Karte 1 nehmen und die verknüpfen mit der Fläche aus Karte 25 und so eben neue Kartenkompositionen generieren. Jetzt haben wir also diese Basis des Geo-Portals, das in der Praxis im Alltag ganz gut funktioniert. Und das hat den Kunden so gut gefallen, dass wir jetzt entsprechend auch viele Kundenaufträge haben für die Entwicklung von Fachmodulen und Geo-Apps. Ein Beispiel dafür ist Agrigis, das jetzt schon seit über einem Jahr auch hier im Praxiseinsatz ist. Und dies ist ein Fachmodul, eine Geo-App, bei dem Landwirte in der Schweiz ihre Flächennutzungen melden können. Das heißt, es läuft konkret so ab, dass sich ein Landwirt mit seinem Browser einloggt auf das Geo-Portal und dann in der Karte frei zeichnet in seinem Gebiet die Gebiete absteckt, wo er eben vorhat, bestimmte Flächen zu nutzen und eben definiert, wie er sie nutzt im nächsten Jahr. So dass die Kantone und die Gemeinden eben eine gute Übersicht haben, was dort in der Landwirtschaft so im Jahr gemacht wird und außerdem hängen davon eben auch Direktzahlungen ab für die Landwirte. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben eben viele weitere Geo-Apps, die momentan entwickelt werden und die eigentlich ganz gut demonstrieren, dass sich eben diese Plattform auch eignet für die Entwicklung von Fachmodulen im Web, also im Webbrowser ohne irgendwelche Plugins zu verwenden oder irgendwas, sondern direkt einfach nur Link eingeben und schon geht die Applikation los. Ja, das wäre es soweit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Noch ein kurzer Hinweis. Wir suchen Fullstack-Webentwickler. Also wer sich angesprochen fühlt und insbesondere sich mit AngularJS gut auskennt, würden wir uns sehr freuen über eine Bewerbung unter dem hier angegebenen Link. Vielen Dank. Vielen Dank, Edgar. Und mir ist nichts in Gang, dass das schlechte Beispiel ein Geo-Portal von Sachsen war. Auch wenn du versucht hast, dort die Sachsen-Fahne zu retuschieren. Das ist mir das so schlecht gelogen. Ja, schwierig zu finden, halt irgendwie Screenshots. Ja, es war auch mal schlechter. Es hat sich mittlerweile verbessert. Gibt es Fragen? Vielleicht noch eben kurz. Also wir nutzen ja, wie man sieht, eine Menge Open-Source-Komponenten. Und die Frage ist, was gibt die Geo-Info so zurück an die Open-Source-Gemeinde? Und das ist tatsächlich so, dass wir entsprechend auch Aufträge, also wir sind ja auch daran interessiert, dass diese Open-Source-Bibliotheken sich weiterentwickeln und eben auch Aufträge vergeben. Also wir haben für Open Layers und für den Geo-Server schon Aufträge vergeben zur Weiterentwicklung, die dann natürlich als Open-Source auch zur Verfügung gestellt werden. Noch eine Frage zu diesen Spezialmodulen, respektive digitalisieren. Macht ihr das jetzt alles im Web oder auch noch mit Desktop-GIS? Alles im Web. Komplett im Web, ja. Und da steigen auch die Ansprüche der Kunden. Das heißt also, wir sind jetzt angefangen mit sehr reduzierter Funktionalität, sodass es einfacher ist für den Benutzer natürlich. Also es gibt nicht die volle GIS-Funktionalität, sondern eben immer sehr spezialisiert natürlich in den Fachmodulen, sodass man nicht viel falsch machen kann. Also man ist sozusagen sehr eingeschränkt im Editier-Modus. Das ist gerade wichtig für Agri-GIS, also für GIS-fremde Personen, die dann trotzdem da ihre GIS-Funktionalität brauchen zum Editieren. Aber durch die Benutzung steigen jetzt natürlich immer mehr die Ansprüche, gerade von den Gemeinden, da immer mehr echte GIS-Funktionalität reinzubringen. Also immer umfangreicher das Ganze zu gestalten. Noch eine andere Frage. Ihr habt ja früher Map-Info gehabt, soviel ich weiß, oder Map-Info-Extreme oder so. Ja. Das ist komplett abgelöst oder ist es noch parallel? Das ist noch parallel, ja. Ist noch parallel. Da kann vielleicht Marco, mein Kollege, mehr zu sagen. Wird komplett abgelöst. Also die alte Welt, die gibt es noch, weil es noch so viele Funktionen hat. Also Desktop ist und so. Also es gibt immer noch die alte Welt, einfach weil da noch ein ganzes Desktop ist, dahinter hängt und so weiter. Aber Map-Info-Extreme war irgendwann nicht sicher, ob es da weitergeht. Und dann hat bei uns in der Firma, haben dann die Alarmglocken geläutet hoch, was machen wir jetzt, wenn die da nicht weiterentwickeln. Und dann kam die Strategie, sich auf Open-Source-Software auszurichten. Aber das wird alles abgelöst. Dauert halt natürlich eine Zeit lang. Wenn ihr jetzt skalieren wollt, sagen wir, ihr habt jetzt plötzlich so 50.000 User am Tag. Was habt ihr da für Drehschrauben? Habt ihr da irgendwelche Load-Balancing-Schichten dazwischen? Könnt ihr Teilserver dazuschalten, so wie bei Amazon Autos? Scaling? Ja. Genau, das ist, also zunächst mal, ich denke mal, das ist auch eine der großen Vorteile von Node.js im Vergleich zu anderen, zu den klassischen Frameworks. Node.js ist halt sehr schlank. Und das ist ja die Plattform, die man eigentlich dann repliziert in dem Moment. Also wenn jetzt irgendwie höhere Anfragen kommen und man muss das Ganze irgendwie stärker verteilen, dann muss man ja genau diese Plattform ja auch mit replizieren. Und so Plattformen wie zum Beispiel .NET, was irgendwie über 200 Megabyte braucht, ist natürlich entsprechend auch irgendwie ein Riesending, und wenn man das irgendwie, den Code, den man damit programmiert, dann auch noch irgendwie in großem Umfang hat, dann ist das ein Problem. Bei Node.js ist es eben schön schlank und so kann man auch die Umgebung schlank halten und dadurch eben auch schnell replizieren. Wir haben tatsächlich momentan noch haben wir einen Loadbalancer und können entsprechend dann die Anfragen auf verschiedene Server verteilen. Genau. Ich hätte eine Frage zur Integration von Openlayers in AngularJS und die zweite Frage wäre, ob es schon Überlegungen gibt, längerfristig auf die neue Angular-Reihe umzusteigen. Also auf Angular 2. Ja, die Überlegungen sind da, ist aber natürlich ein komplexes Unterfangen, weil Angular 2 ja ein kompletter Rewrite ist und bei eben so einer komplexen Applikation wie Geoportal, wo wir so viele Abhängigkeiten haben, ist das nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also das ist in der Planung, aber wird wahrscheinlich ein umfangreicher Prozess. Ja, genau. Und die andere Frage war nochmal die... Ja, da kann vielleicht auch Marco mehr zu sagen, da bin ich nicht so drin momentan. Danke. Ja, also im Prinzip haben wir das alles selber geregelt. Also wir haben eigene Direktiven und Controller und alles Mögliche. Im Gegensatz, also Camp2Camp hatte ja morgen einen Vortrag über NGO. Damals, als wir angefangen haben, damit wussten wir noch nichts davon. tatsächlich. Aber ja, wir haben das dann alles selber gemacht. Und zu Angular 2 sind wir tatsächlich schon so ein bisschen auch am Vorbereiten. Einfach dadurch, dass wir schauen, wie muss man es in Angular 2 umsetzen, wie wird es gemacht. Und dann dementsprechend in Angular 1 die Direktiven schon so weit vorbereiten, eigentlich, dass dann die Migration hoffentlich ohne wenig Aufwand vonstatten geht. Ihr habt ja auch da auf der Folie gehabt, dass ihr Postgis verwendet. Könnt ihr noch sagen, wie der Aufwand so war, von Oracle zu Postgis zu gehen? Ihr habt ja doch sehr viele Datenbanken gehabt und wahrscheinlich viel Businesslogik und so weiter. Oder ist das auch etwas, was noch im Gang ist? Ja, das ist auch etwas, was teilweise noch im Gang ist und tatsächlich auch Kopfschmerzen bereitet. Also, ja, das hängt immer davon ab, in welchem Bereich. Also, es gibt dann, wenn man natürlich sehr viel schon Datenbanklogik, sehr nah an der Datenbank gebaut hat, dann ist es natürlich schwieriger, als wenn man sehr, ja, sehr standardbasiert arbeitet. Also, bei Oracle ist es eben das Problem, man muss ja Datenbanken abproduzieren und dann hat man das Problem beim Umstieg. Also, ist noch nicht abgeschlossen, ja. Und performanzmäßig zufrieden mit den neuen Lösungen? Ja, sicher. Also Postgres, Postgres, also generell natürlich sehr gute Performance. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank nochmal, Edgar. Danke auch, ja. Und schließen jetzt den Vortrag. Danke.